Herzlich Willkommen zum Point of Skin München TV Programm. Mein Name ist Maria Tange und ich bin Inhaberin vom Point of Skin Kosmetik Institut und autorisierte Kosmetiker mit weiteren wichtigen Ausbildungen zur Hautspezialistin. In dem heutigen Programm werde ich das Thema die 10 Fragen, die Kosmetikverbraucher fragen sollten, aber nicht wissen, dass sie diese Fragen stellen sollten, behandeln. Und nun zu der 10. Frage, die Kosmetiknutzer fragen sollten, aber nicht wissen, dass man diese Frage stellen sollte beim Einkauf von Pflegekosmetikprodukten. Warum ist Dr. Baumann Kosmetik die beste Hautpflege mit dem Highlight Skin Ident, die effektivste und sinnvollste Hautpflege überhaupt für mich? Bedenken Sie, dass Bionomi-Pflegeprodukte ausschließlich aus Haut- bzw. Zellverwandten Wirkstoffen sind. Und bei dem Highlight der Dr. Baumann Forschung, dem Skin Ident, wie der Name hautidentisch schon zeigt, erhalten Sie weltweit die erste und einzige Hautpflege Linie, die ausschließlich aus Körper- bzw. hautidentischen Wirkstoffen und Vitaminen besteht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017